Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play äh ja genau Super Meat Boy ähm ich muss kurz mal ein Wecker mal stellen ja wir sind heute in der Welt 2 der Hospital und dann schäumen wir da mal rein so ich hab's mir auf meinem Bett gemütlich gemacht ich hoffe ihr macht's euch auch gemütlich und schaut zu wie ich fällen würde der Hospital so aber das Kisten stört mich jetzt doch ein wenig ja ich hoffe ihr hört das Gerasche von den Kisten noch nicht ja ich hab was rausgefunden hier gibt es wie heißt's keine Ahnung steht hier nicht so richtig aber man kann da rein scheuen da ist einfach alles noch viel schwerer äh man muss dazu A plus geschafft haben um die Welt dann also um das hier dann spielen zu können ja das werde ich einfach danach noch machen wenn wir das reguläre LP abgeschlossen haben lol ach ok da dürfen wir nicht rein toll toll wie los jetzt hier anhalten und dann hier hoch und wie soll ich da rüber kommen und dann so wie 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 so so ich muss da zwischenlanden so viel zu zwischenlanden ja wenigstens gibt es hier keine Sägen mehr ja ja hier so darf ich da rein ne darf ich nicht rein weil ich nur mal ausprobieren ja ja da darf ich da auch nicht rein ja langsam müsste ich es jetzt aber mal geblickt haben dass man da nicht rein kann dann glitsche ich da mal langsam runter ah ah wenigstens habe ich mir das nach abgewöhnt ja 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 au dich runter nein ich schaff das noch uah werden ja immer enger nein wie soll man da aber plus schaffen das gibt es ja nicht was hat das mit dem krankenhaus zu tun wenn ich mit dem während fertig bin muss ich ins krankenhaus mehr nicht nein ich wollte doch nur die bandage es gibt da unten war bandage Tür lieb da unten war Bandage da unten war Bandage Moment, ich muss mich mal hier ein bisschen aufrechter hinsitzen. So kann ich ja nicht spielen. Ja. So. Ja, fängt ja schon gut an. Aber dieses Game ist einfach so mega geil. Da kann man sich nicht lange drüber aufregen. So, jetzt rüber. Nein, nicht da. Nein! Diese Fleischgeräusche da, die sind so... Ja, also ich muss noch dazu sagen, dieses Spiel ist nichts für Vegetarier. Den Spruch habe ich mir eigentlich für den ersten Part am Anfang ausgedacht. Oh, den habe ich nicht vergessen zu sagen. Nein! Nein! Ah, was ich jetzt mal probieren kann, ist hier, drüber zu gehen und dann... Nein, nein, das geht nicht. Nein, nein. Nein, nein. Das schaffe ich nicht. Nein! Das macht denn der? Hä? Wieso bin ich da jetzt zersplasht? Da ist doch jetzt auch nichts zersplasht. Oh! Oh! Wieso, ich bin... Das war jetzt irgendwie gemein. Das... Lalalala... Nein! 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 Ja! Ja! Komm, den auch noch. Nein! Hier doch und hier. Boah, das ist aber verdammt schwer. Wie will ich das dann... Ah! In dem anderen Linksteil schaffen. Ja, da gibt es einfach viel mehr Sägen und alles dunkel und überall brennt und keine Ahnung. Ja. Toll. Auf jeden Fall spielen wir den Modus dann auch noch. Nein! Aber ich krieg das heute noch hin. Wenn das hier nicht so behindert wäre, hab ich die Scheiße schon fünfmal geschafft. Ich muss mich an der Nase kratzen. Ja, war mir klar, dass ich jetzt drauf geh. Und meine Nase ruft immer noch. Also hab ich nur Verlust gemacht. Oh, hier guck ich mir auch wieder die Wiederholungen an. Die kleine Need Boys, die dann überall rumjumpen, find ich einfach geil. Wie will man hier A Plus schaffen? Ach, komm schon! Ach, komm schon! Nein! Zumindest beim ersten sollte ich nicht mehr sterben. Beim zweiten auch nicht mehr. Ja! 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 Ah, endlich! Ah, next level! Oh. Yaitt! Auch nu. Ich hab mich dazu bezogen. Das ist ganz einfach! Nein! Nein! Nice Wandsprung! Hm... Hab ich erwähnt, dass ich Sägen nicht mag? Springen und... Verspringen und... Springen und... Springen... Oh, toll! Nein! Wieso Sägen? Ich versteh's nicht. Was ist so toll an Sägen? Außer, wenn man irgendwas durchsägen möchte. Aber nein! Sägen sind uncool! Ich bin nur leid auf dieser Welt! A Plus! Oh, lauter kleine süße Meatballs! Jeehu! Jeehu! Ganz ehrlich, wo könnte man da jetzt sonst noch sterben? Nein! Ah! Äh, muss mich kratzen! So! Muss mich halt... Ach so! Klar! Muss mich halt ständig kratzen! Nein! 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 Hier! Nein! Boah, ich würd viel lieber Ja sagen, statt Nein! So, hier jetzt oder dann! Drüber und... Nein! Komm doch mal hoch! Und jetzt... Ja! Da! Wie komm ich da hoch? Denkt man sich doch nur... What the fuck? Nein! 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 Ah, so! Und da! Ja! Das macht Sinn! Nein! Oh, lol! Geht's wirklich! Nein! Das war jetzt uncool! Nein! Der große, böse Ventilator! Und wiiiiiii! Und wiiiiiii! Passt! Also wir waren nicht schlecht! Ja! Toll! Hä? Wieso? Muss ich da jetzt direkt da... Juuu! 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 Ja, das reicht! Von weitem nicht! Die und weitem! Zwei Beete! So, hier auch noch rot anmalen! Juuu! Zwar Fleischsoße! Nein! Fast! Juuu! 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 Juuu. Und noch mal die Frage. Wo, zum Teufel... ist das Krankenhaus? Ich muss gar nicht da runtere, ich muss einfach nur... Nein, fast! Nein, fast! Fast! Ah, ganz knapp! Nein! Ach, toll! Was liegt denn da überhaupt am Boden? Nein! Nein! Wir landen! Danke! Ach! Ach! So! Hä? Nicht so, was zum, äh, hallo Ah, hi So, du, jetzt mach ich mich hier Und jetzt mach ich mich hier Und der Pab ist vorbei Kürz, äh, Wecker anhalten Und dann machen wir das Level jetzt noch fertig Jetzt habe ich wenigstens hier das hier verstanden Ja, sorry Nein Nein, hier drauf Nicht darunter Ach, ich hasse diese Lags Der wäre so gut gekommen Nein, ich will eigentlich Nein, ich will doch nur So Ja, ja Ich bin hier schweben Das bringt dir sehr viel So, aber ich würde dann jetzt gerne mal hier drauf kommen Nein, ich will hier Das ist so skillig gekommen Ja, hier drauf Du Arsch Rollend im Eier Ach, gut, hier drauf Jetzt hier und jetzt Achso, ich will noch mal hier drauf tun Nyeeee Das, äh, bleibt mir ein Rätsel. Okay, also das machen wir dann in der nächsten Part. Tschaußen! Hallihallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Anhang an Part 3. Und zwar habe ich in The Forest was vergessen. Und zwar ist hier oben, ja komm, ja toll. Ähm, ist dort oben noch eine Warp-Soul? Die werden wir jetzt noch kurz, nein nicht in die Tür, nein nicht in die Säge, erledigen. Keine Ahnung wie ich die vergessen konnte. Die habe ich, so wie es aussieht, einfach nur nicht gesehen. Da wurden wir auch schon reingewarpt. Nein! Äh, Matsch! Oh Gott, wir bestehen nun nur noch aus Pixeln. Hä? Großen Pixeln. Bandage Girl, Hilfe! Oh mein Gott. Äh, ein, äh, ist das Nine-Cat? Einen Moment. So, da bin ich wieder. Ja, nein, es ist irgend so ein komischer Kanister. Der hier... ...neuer Regenbogen hinter sich haben. Hat. Entschuldigung. ...und mit dem wir jetzt Nine-Cat retten. Ja. Und mit dem kann man kurze Zeit schweben. Das hier ist jetzt schon ziemlich anspruchsvoller. Nein! Nein! Weil der so... ...ah, wie sagt man? Wuschig, halt so... Ja genau, wuschig. Weil der so, so komisch... ...halt so... ...komisch ist, halt. Keine Ahnung wie ich das erklären soll. Boah, der kann so geil fliegen. 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 Du hast Commander Video freigeschaltet. Von Dead Trip Runner. Ja, da, da, da. Ja, nun, wir haben... ...die Bobson haben wir erledigt. So. Dann gehen wir jetzt einfach mal nochmal in das Level rein, denn... äh, lol ja, jetzt können wir nämlich auch diesen Charakter spielen der wird uns noch mal einiges erleichtern ja, great, ah, plus ja, okay, wir sehen uns ja im nächsten Part wieder ciao und noch gleich mal ein kleiner Anhang ja, ich hab nämlich wieder eine Warpstone gefunden beim hier A-Plus sammeln und zwar hier in Level 9 10 und zwar kommt man da ganz einfach hin indem man hier drübe, nein, nicht so hier drüber jumpt einmal hier skil ich durch dann hier noch durch hier drauf hier rüber hier hoch und dann kann man dort unten nein dann kann man hier unten durchlaufen dann kommt man ganz einfach hier rein und kann hier in die Warpstone und dann kriegt man hier so ein Retro-Spiel vorgelaufen oh mein Gott ein Moment das sieht ziemlich mies aus kann ich hier hin na, zwei Leben noch ja, die Bier chat mal wir kriegen wieder drei Leben ach ja, super, das geht auf Zeit schneller ja, aber das war jetzt nicht so schwer ja, ich glaub das wird jetzt dann ein bisschen naja, schwerer nein, dann können wir das jetzt sein wie alt wenn ich jetzt hier mal drüber Nein Oh Mist ich hab Game over Ja ok ich wollte es euch nur mal zeigen Dann machen wir das später Wir sehen uns im nächsten Part wieder Ciao